Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pro vs. Pro und zwar Part 3, genau. Diesmal endlich mal auf einer anderen Map und zwar Sabbalan Pipeline, achso ja genau Pipeline, ja Pipeline, genau. Äh ja, es geht auch direkt los, Moment, ich muss mal kurz den Ton etwas leiser machen. So, jetzt passt die Sache doch schon. Auf jeden Fall spielen wir wieder auf einem Server, wo es keine Punkte gibt. Moment, der Ton ist immer noch etwas laut, ich mach nochmal kurz ein bisschen leiser. So, jetzt passt die Sache. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, wie es läuft. Wir müssen wieder die Flaggen klauen, also mein Bruder ist im anderen Team und da ist auch schon. Komm her! Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 der darf meine Flagge nicht kriegen. Der darf meine verdammte Flagge nicht kriegen. Ich hab schon eine Weile kein Battlefieldberg spielten. Nein. Nein, komm schon! Wo, 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 what the fuck? What the fuck? Oh mein Gott, nein, nein, fliegt doch, fliegt doch, fliegt doch. Nein. Bitte. Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Nein. Ach, scheiße. Also, mein Bruder hat schon eine Flagge abgegeben. Das läuft ja wieder super, genauso wie ich es haben will. Wenn ich mal wieder die größte Scheiße bau, die man eigentlich noch bauen kann. Ähm, wo ist er? Der muss hier noch irgendwo rumlungern. Ich bin unbesiegbar mit meinem Hubschrauber. War doch nicht gerade dran. Nee, das ist Motorrad. Da. Fuck! Yes, 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 yes. Schnell, 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 schnell. Die Flagge, die Flagge, die Flagge. Ich brauch die Flagge, ich brauch die Flagge. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, wer es noch nicht weiß, also die erste Runde habe ich gewonnen, das heißt ein Punkt für mich. Die zweite Runde hat mein Bruder gewonnen, das heißt ein Punkt für meinen Bruder. Und jetzt mal gucken, wer die Runde gewinnt. Der dominiert dann, der führt dann und mal schauen, wer gewinnt. Also momentan steht es 1-1 und ja, ich habe die Flagge gleich abgegeben. Komm schon! Ja, komm, 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 komm! Yes! Ich höre da einen Hubschrauber. Oh, scheiße! Hua! Daneben! Okay, schnell weiter, schnell, schnell! Ich gehe doch da hoch, Mann! Warum habe ich eigentlich diese fette Waffe? Ich will doch eigentlich meine AEK, aber okay. Ganz ruhig. Endlich mal auf einer anderen Map, das finde ich richtig geil. Ich fand die andere Map zwar schon richtig geil, aber die ist auch nicht schlecht. Ich finde allgemein solche Winterlandschaften richtig geil. Yes! Das einzige, was aufregt, ist dieses Warten auf Sp... Oh nein, jetzt hat er auch meine Flagge. Jetzt hat er auch meine Flagge. Äh, dieses Warten auf Spieler. Das regt ein bisschen auf und jetzt gucke ich nicht auf den Weg hier, mein Gott. Du hast die feindliche Flagge. Ja, das habe ich mittlerweile auch schon bemerkt. Oh, oh, shit! Ich muss ihn aufhalten. Ich muss ihn irgendwie aufhalten. Ah, ich sehe nichts mehr! Au! Ich brauche eine bessere Waffe. Ich brauche irgendein Fahrzeug, wo ich den scheiß Hubschrauber abschießen kann. Aber welche? Äh, welches Fahrzeug? Aber welche, genau. Aber welche? Okay, er kommt. Schnell, 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 schnell. Der ist fast tot! Ah, war das knapp! Fuck! Oh nein. Er kommt zu Fuß. Ich weiß genau, wo er ist. Ich sehe genau seinen Meterabstand. Jetzt sag bloß, er geht außen rum. Warte. Nee, er holt einen anderen Hubschrauber. Er holt einen anderen Hubschrauber. Oder? Oder? Ah, der ist dahinten. Ah. Geh ganz ruhig. Seine Waffe ist stärker als meine. Ich denke mal, er hat die AEK. Komm, komm schon her! Verdammt. Oh nein. Jetzt weiß ich, was... Oh nein, er will in den Panzer. Er will in den Panzer. Nein. Ah! Rein, weg, schnell! Ah! Ich will jetzt sterben. Ich will einfach nicht sterben. Geh da rein! Und das war mal wieder richtig scheiße, denn jetzt hat mein Bruder die Flagge und ich habe keine Chance mehr, zu ihm zu gelangen, bevor die Flagge wieder in seiner Base ist. Fuck. Obwohl, ich könnte es noch schaffen. Jetzt habe ich wieder diese... Oh, jetzt habe ich wieder Versorgungssoldat genommen. Ich wollte doch Sturmsoldat. Okay, egal. Egal. Ich werde mich doch irgendwann in der Runde fahre ich noch gegen den Kran da, ey. Ich sie es kommen. Ja, das war es. Das war es, meine Damen und Herren. Das war es. Scheiße. Mein Bruder hat zwei Flagge. Das ist gerade gut. Das ist gar nicht gut. Ich mache sein Panzer eiskalt, ey. Komm herr! Ja! Oh! Da! Okay. Okay, schnell hoch. Schnell, 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 schnell. Oh, das war scheiße knapp. Kamera. Oh mein. Okay, nein. Irgendwie läuft es heute nicht, Leute. Es läuft irgendwie nicht. Diese Runde geht erst sieben Minuten, ja. Und mein Bruder hat schon zwei verdammte Flaggen. Das ist gerade... Das darf nicht sein. Nein. Jetzt gehe ich... Oh, jetzt nehme ich erst mal Sturmsoldat. Genau. Dann gehe ich in den Panzer. Und dann... Jetzt geht es rund. Jetzt geht es rund. Jetzt hole ich ihn mir. Das ist mir scheißegal. Aber ich sollte den richtigen Weg fahren. Ich bin jetzt so der Panzerfahrer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade wenn ich online spiele, dann bin ich eher im Helikopter oder zu Fuß anstatt im Panzer. Weil ich bin einfach nicht so der Panzerliebhaber. Keine Ahnung. Die Dinger sind mir irgendwie zu... Was? Was? Er hat eine Flagge? Wie geht das? Nein, das darf es nicht. Okay, jetzt muss ich zu seiner Flagge fahren. Egal was passiert. Ich muss jetzt seine Flagge holen und muss sie dann abgeben... Äh, muss sie dann beschützen. Ich gebe einfach nur Gas, bevor er mich hier noch trifft. Das wäre richtig scheiße. Komm schon. Ich gebe Gas. Los. Los. Du scheiß Panzer. Los. Ach, ich habe gerade so eine Vermutung. Ich glaube, er ist schon aus seinem Panzer rausgegangen. Das habe ich gerade so das Gefühl. Oder ist er noch in seinem Panzer drin? Achtung, das Einsatz hier wurde eingenommen. Okay, er kommt. Oh Mann, ich habe so Angst. Ja! Au. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Nein! 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 Es ist scheiße. Scheiße. Ja. Meine Damen und Herren, das war's. Das war's. Nein. Wow. Das war die kürzeste Runde Pro vs. Pro. Mein Bruder hat mich eiskalt fertig gemacht. Ich habe bloß einen Punkt gemacht. Das ist mal wieder richtig scheiße gelaufen. Keine Ahnung wieso. Vielleicht lag es daran, dass ich jetzt schon ein paar Wochen kein Battlefield mehr gespielt habe. Auf jeden Fall steht es jetzt. Ähm, ich gehe noch kurz zu meinem Bruder runter. Ich spring einfach kurz raus. Jaaaaaaah. Ich glaube, ich habe meinen Bruder bloß einmal gekillt. Wow. What the fuck. Okay, wo ist er? Ist er das? Ah ja, das ist er. Hey, jetzt schieße. Ja, auf jeden Fall. Jetzt steht es, ähm, 2 zu 1 für meinen Bruder. Also, mein Bruder hat zwei Punkte. Der Patrick hat zwei Punkte. Und ich habe einen Punkt, einen erbärmlichen Punkt habe ich, weil ich nur scheiße gemacht habe irgendwie. Und ja, das war wirklich eine sehr kurze Runde. Aber, ja, wie wir sehen, es kann auch kurz gehen und nicht so lange. Wo ist er jetzt hin? What the fuck? Ah. Okay, ja, gut. Auf jeden Fall, ähm, ja, sehen wir uns... Hey, mein Gott, ich habe nur 50% Leben. Okay, ein Messerkampf. Du willst nicht anders, du willst nicht anders. Messerkampf. Der endgültige Messerkampf zum Schluss noch. Ich bin der Verlierer. Ja, okay, Leute. Also, bis zur nächsten Runde Pro vs. Pro. Part 4 kommt dann auch demnächst, hoffe ich. Und das war jetzt etwas kurz, aber ich denke mal, der nächste Part wird vielleicht wieder länger. Kommt drauf an, ob es eine neue Map gibt dann. Vielleicht ist er wieder auf der gleichen Map. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.